Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Maker. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Komm, dann mache ich jetzt einmal hier nochmal auch sehr schwierig. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen ein gutes Level, da würde ich dann auch tatsächlich mal zur Abwechslung zusammenarbeiten. Ich finde echt scheiße, dass mir immer meine iPhones klauen. Ich weiß mal, das ist echt so. Die sehen aber so lecker aus. Plattforms von Hell. Oh nein, das klingt doch schon scheiße. Da klickt nach Plattformen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hab's geschafft. Ich hab das Spiel gewonnen. Also nee. Nein, 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 nein. Nicht nur, nicht nur. Nee. Komm, einmal versuchen wir es. Verdammt. Ich wollte die Unfunbarkeit ausnutzen. Hat nicht funktioniert. Mein du fetter Klempner. Schau doch mal von der Plattform ab. Ich brauch die. Du musst von der Plattform aus nach rüber sprechen. Ich weiß. Oh, dieses Rad da riecht, ist auch bübel fies. Ernsthaft? Äh, die Plattform war noch nicht da, das hast du gesehen, oder? Ja, ich dachte, ich kaufe in irgendeinem Moment auf. Äh! Ich bin nicht gesprungen. Ich hab's gesehen, aber runtergeladen. Warte mal, aktivier die und ich geh mit dem Drehsprung drauf. Ich hatte mich schon geistig drauf vorbereitet. Ich hab's versucht, okay? Komm, wir schaffen das. Wir sind die Mario Brothers, wir schaffen das. Ich sag das doch. Ich sag doch, wir schaffen das. Perfekt. Voll kurz spring, Gott verdammt. Warum hast du da nicht einfach gewartet und wir hätten uns abgewechselt? Ja, das wär schlauer gewesen. Ist mir das später auch aufgefallen. Hast du's nochmal hoch? Ja, das wär die Plattform wiederkommt und ich nur. Das wollte ich auch vermitteln. So, ich warte jetzt hier. Bleib einfach ins Checkpoint mal hier. Ich find das witzig. Junge, hast du die Hölle da rechts gesehen? Oh Gott, ich seh's. Äh, viel Spaß? Warum kannst du mir den Spaß? Los! Ich wollte noch schreit los. Los Pikachu. Ne, das schaffen wir nicht. Wir sind so dumm dafür. Mal probieren. Ich geb auf. Ich habe hier nur nach Puzzle gesucht. Puzzle ist nämlich das einzige, worum wir gut sind. Dachten wir. Bis jetzt. Gleich werden wir wieder sehen, dass es nicht so ist. Das Level ist Schellisch Puzzle. Ich bin Kampfbereit. Oh, Rätsel Einzelspieler. Von Commander TNT. Das ist ein Einzelspieler-Rätsel, ne? Danke für den Boost. Bitte. Äh, wo sind wir? Hä? Nice. Ich glaube, wir müssen... ...die versteckte Tür suchen. Das ist wieder so ein Level. Das ist ein tolles Level offenbar. Warum suche ich noch? Oh, danke! Level geschafft, Leute! Guckt, wir haben's, gell? Ich hab's euch gesagt, das ist ein sehr schwieriges Level. Jetzt habt ihr euren Wunsch. Wir haben ein sehr schwieriges Level bestanden. Also als Einzelspieler ist das nicht möglich. Ich mach einfach Level aus aller Welt wieder auf normal. Okay. Normal. Und dann warte mal. Ich geb schwierig noch einmal ne Chance. Klingt das nach nem Speedrun? Nein, klassisch und Thema. Aber es ist ein Deutscher, also erwarte Troll. Voll die Vorurteile, die du gegen Deutscher hast. Es ist ein berechtigter Vorurteile. Kommt da was raus? Nö. Da ist ein Auto! Äh, da ist ein... Du kannst ihn überall rein, ne? Aber ich genieße grad mein Auto. Hier ist ein Kamek! Hallo Kamek! Hallo Kamek! Ja! Natürlich hab ich nicht genau der Hammer, mach mal, Bruder! Äh! Hast du dich selber erinnert? Blöde Hammer, Bruder! Weil ich grade fragt, hast du dich absolut die Jugend gebracht, oder was? Mann, geh aus dem Weg, Fettsack! Mann, ich in vorne und sterbe jetzt! Du was soll das? Oh oh! Paisen auf, Paisen auf, Paisen auf und tut es so we! Ciao! Ja, da kann ich nichts machen, aber da musst du mit dem Auto fahren. ich habe gewonnen das war meine münchen wie konntest du nur das leben ist auch schwierig leute da muss uns diesmal nicht leicht gemacht das leben warum tust du das ich glaube wir müssen es umbringen war dann checkpoint nein verdammt habe nicht getroffen ja wir müssen das hier entweder umbringen oder einfach direkt über das drüber direkt überdrückt ist drüber reicht aus ich bin genau reingejumped ich habe es begriffen sali hat es nicht begriffen ich habe wieder was für die ich bin aus der reihe und habe nicht gesehen dass rechtsformiert abkommt ist ich werde ihm block jetzt wollte ich die mal können und dann wird es da auch nicht ja weil wir keine zeit haben gerade warum falle ich so lang es bringt einfach durch springt durch bin dabei danke danke und jetzt nicht den fehlermann wie ich ich glaube das schaffen wir nicht aber es ist machbar ich habe jetzt extra nur eine genommen jetzt nehmen wir den scheiß ich hab dich nicht absichtlich umgebracht damit das klar ist natürlich war das absicht ja nicht weil wir müssen das nochmal machen aber es ist machbar sani die hoffnung ist zwar da in neustadt diesmal diesmal bin ich der auserwählte ich bin knapp vom ziel und da ist die rote bedrohung ich hab nur gesehen dass du aufgetaubt ist und dachte da muss ich hinwerfen kann ich die umbringen die kleinen kann man umbringen ja ich hab's geschafft wir haben es geschafft leute reicher ziel als maxima das schaffen wir nicht das ist meiner da ist so ein item das muss man mitnehmen ich bin ich bin weg ich hab spaß hier hinten hier kann man rein was ist das was ist das das gefühl kenne ich das gefühl kenne ich hier sind feuerkugel und noch angeküppelte Sachen ab in die Lava nein ich konnte nachdem ich in die tue gegangen war einfach durch waschen das muss man drauf gewartet dass ich bin jetzt vorne ja ja das war's mit diesen paar leute wir sehen uns beim nächsten mal wir nehmen jetzt noch einen part auf und dann fachst du es auch mit dieser aufnahme session bis dann tschüss ja